Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GDR 4 heute mal in Begleitung albanischer Music und wow what's that hier Schlägerei egal ja heute wie gesagt in albanischer Begleitung äh Musikbegleitung und ähm hört einfach rein oh wartet kurz hier ist kommt ein Anruf nein ich bin nicht da mit dir ähm ich dachte einfach ich lasse mir jetzt den albanischen Musik laufen auf mein Heimatland und so weil die zieht sich auch mal in Let's Plays rein und dann ähm mach ich das jetzt einfach mal und ähm ich mach diese scheiß Mucke hier aus weil die stinkt mir langsam und hört zu ich werde doch dazu laufen aber ich lasse es immer wieder gut laufen ja ja geiler Rap wenn ihr es nicht versteht ich gebe euch den Link kennt ich das Lied 30 was ich jedenfalls nicht glaub ich glaube nicht dass ich jemand mag aber ich mag es halt sehr Cosmo rockt klar übelst yeah yeah uuuh 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 denn der Part soll jetzt eigentlich auch fast rum sein wenn ich diese Mission geschafft hab uuuh und uuuh und wieso raus hast du das Mockt mal wieder zu Garete der Smockt irgendwie über den Liedger ich hab einfach in die Kommis wie euch das Lied gefällt ja interessiert mich irgendwie brennend ich weiß ja nicht ob es euch gefällt aber ich will es einfach mal wissen also wenn ihr wollt dass ich zukünftig auch manchmal solche Lieder laufen lasst dann schreibt mir was für ein Lied und dann lasse ich das auch laufen das für eine lange Mission hier also wenn ihr irgendein Lied habt das ihr auf Herzen habt irgendwie schreibt mir wie das heißt und ich werde das dann in den Part einfügen ja genau das ist irgendeine Motherfucking Mission dann kann ich wieder runter fallen da kommen jetzt ein paar Wasser da die Mission ist so einfach 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 der kommt hier hin ich kann doch mal Warnisch Oh, oh, we're going, yeah. Yeah. Ist nicht die Sklöpfe dabei. ich mache es jetzt aus und das war es dann ja 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 also ich war mal hier die look jetzt an die leute mir auch voll geile auch classics ist der beste radio dann läuft immer so ein rap und hier gibt es eine uc die hole ich mir jetzt damit verabschiede ich mich heute also der akku ist leer ja damit verabschiede ich mich heute von diesem part von dieser folge und dann sagt hier ein gehören wieder schauen und kommentiert bitte ob euch das gefallen hat oder nicht ja interessiert mich irgendwie brennend also tschau mal die warte der wird der wird noch angerufen dann das ist ja egal also reingehauen wieder schauen und kommentiert kommentiert und sagt mir ob euch das liegt gefallen oder nicht und ob ich wieder weiterlaufen lassen soll tschau